guck mal, guck mal, guck mal, der hackt, der hackt, der hackt, der hackt jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren nebene kraft bedwurst ich freu mich schon richtig, weil ich halt so lange kein bedwurst mehr gezockt hab und ich hab halt so lange kein bedwurst mehr gezockt, bitte nicht wundervoll, dass ich ein bisschen schlecht bin aber in der runde packt halt meine maus irgendwie rum ach, der worte zu mir ist ja niedlich wir haben einen mittelnamen in jeder runde bedwurst ist mindestens ein mittelnamen in der runde mindestens einer oh, wir haben zwei mittelnamen wir haben einen mittelnamen in der runde viele grüße gehen an dich raus ich baue ganz schön langsam aber ich hab jetzt echt keinen bock zu verlieren ok, der lieft, ich wette mit euch, der lieft ah lol, ich warte nur bis mein Wett abgebaut wird ich mach jetzt was, was ich noch nie in meinem leben gemacht hab so, vielleicht baue ich jetzt in die Mitte warte, ich verändere mal die Einstellungen ich weiß es nicht, ob es jetzt was bringt aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich so besser bauen kann ich hab das Gefühl echt, dass ich so schneller bauen kann oh, ich dacht schon ach man manchmal igel ich halt so besser aber flieg halt trotzdem runter ja, so ist es definitiv für mich einfacher wenn ich mit links oh mein Gott, so ein Opfer nein ich hätte schneller sterben können ich hätte schneller sterben können oder liegt noch irgendwo ein Stackroom wie gesagt, ab jetzt baue ich wahrscheinlich immer so oh oh nein, 13 Gold das ist die Welt, das wäre der Win aber, Win hey, warum ist der eine da hinten gelieft? aber soll ich euch was sagen? ich war jetzt, ich bin jetzt in der Mitte das heißt, ich brauche das nicht mehr der hat so viel Gold ich würde es an seiner Stelle schon salven, ne? ja, ich hätte es gesaved an seiner Stelle du wolltest mich jetzt kriegen können, aber glaub mir dass du jetzt nicht das Gold gesaved hast das wird brauchst das würde ich dir noch so bereuen das ist meine Abkürzung um den das gleiche zu bekommen hier ist noch extra so eine Leiter dass ich so runtersliden kann dass ich nicht einfach ihn zentrum und er liegt ich habe nur einen einzigen Kill gemacht und ein einziges Bett abgebaut und habe gewonnen ja, ich würde mal sagen das war's nicht Spaß ich hänge jetzt einfach noch eine Runde dran mit deinem Cousin in einer Zeit mit bis jetzt so, anscheinend kann er irgendwie doch nicht keine Ahnung warum ich habe ihm jedenfalls geschrieben dass wir jetzt zusammen spielen können das war vielleicht so warte habt ihr dich gerade gesehen? Nimm runter. Hier agora. Warte. Schaut uns das mal an. Guck mal wie es baut. Guck mal wie es mount. Habt ihr ihn gesehen? Guck mal. Guck mal, guck mal, der hackt, der hackt, der hackt, der hackt. Ja, nice, wir sind mit dem Hacker in der Runde. Das Problem ist, wenn man hier reportet, dann wird er halt nicht gebannt. Yeah, Hacker im Team. Ey, jetzt, ja toll, ne, jetzt gewinnen wir halt instant mit dem Hacker. Ja, ey, mit hacken macht es echt keinen Spaß. Also so hacken macht jetzt echt keinen Spaß. Ja, der tut halt, der dreht sich halt, also wie soll ich sagen, der läuft halt nicht, weil er sprintet ja schon. Und wenn er schon hackt, dann soll er sich bitte hochhacken. Also, ich weiß nicht, wie lächerlich so ein normaler Spieler eigentlich sein kann. Ja, nice, wir haben einen Hacker in der Runde. Weck ich mit euch, dass ihr es trotzdem nicht schafft, irgendwie nur ansatzweise irgendwas zu reißen. Ich brauch mehr Blöckchen. Ach ja, guck mal, die Texturen vom Schwert. Ich hab so ein Texture Pack. Boah, das sieht so episch aus. Ich glaub, das, ähm, den Texture Pack, äh, den Link dazu werde ich euch verlinken. Boah. Sensationell. Hätte ich niemals gedacht, dass ich euch den Link verlinken würde. Oh, ne Spitzhacken. Am besten ne bessere. Am besten ne bessere. Ja, okay, es könnte... Oh ja, uh, direkt ne ganz gute. Aber ich weiß nicht, das Gold und... Oh, so verbarrikadier ich. Wenn wir jetzt verlieren, dann lach ich. Wenn wir jetzt verlieren, dann lach ich. Ich lass es aber auch. Ob... Das Problem ist halt, dass er ein schlechter Hacker. Okay, nice. Boah, das war nicht schlecht. Von mir natürlich. Ja, übertreibt euch HD einen halben Tag. Was soll ich machen, wenn mein komplettes Team in the Base ist? Was ist für ein lächerlicher Hacker, man. Ne. Das ist mal nicht hier unten. Soll ich euch mal was... Ne, das ist ja nicht mehr drin. Ui, ich glaub, man ist Punkt. HD ist aber möglich. Ja, ich hab's geschafft, runterzufallen. Hacker, den ich in meinem Leben gesehen hab. Hauptsache, der hackt... Und ist dann auch noch scheiße? I'm sorry, Bro, aber ich glaub, manche Menschen sind so geboren und können nix dafür. Bitte. Ich hab nur einen Wunsch im Leben. Lass es jetzt aber dazu bekommen. Gott hat mich erhöht! Nein! Aber ich hab das Blatt! Oh mein Gott, ich hab mir mein Leben das erste Mal aus gewünscht. Viele von euch unterschätzen die Lederrüstung. Obwohl die eigentlich so gut ist wie eine 2er Brust. Viele sagen ja, die ist unwichtig. Aber die lohnt sich zu kaufen. An alle Gleichmitte-Fans unter euch jetzt. Ohne Witz, der gewinnt halt nur die Runden mit Core Burps. Ich hab voll Respekt vor GLP. Weil wenn er hier unten gewinnt, dann ohne Core Burps. Und das reicht schon aus unten. Pff, ich bin Gleichmitte, ja! Hahahaha! Ohhhh, halbes Herz! Wenn du wüsst ihr, Mann! Ich wär One-Hit gewesen! Haha! Ja, ich renn mit einem Herz rum. Jolo, die Nose! Naja, was soll ich machen? Ich hätte mich verbarrikadieren können, aber nicht gegen den Boss-Werner. Ich hab kein Bock, dass ich den nachgewallt. Ohhhhhhh! 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 Jetzt mach ich einfach mal mit mit den, die, die gerade eben im Durchschirm aufgetaucht sind. Keine Ahnung mehr, das war auch keine Ahnung. Ob es vielleicht meine Geschwister war? Ob es mein Onkel war? Der, äh, so am meisten rumstehen hat. Ein Gold. Ein Bro-Fing noch ein Gold. So am besten Englisch. Also, können wir nichts sagen. Hör mir schon mal den Bogen. Hör mir schon mal das Schwert. Hör mir schon mal die Rüstung. Und, ja, jetzt müssen wir eigentlich das nächste Gold sparen. Boah, das Schwert, ich feier das so übel. Guck mal wie es aussieht, guck mal wie das kristall und so. Ich hab auch voll auf die Details geachtet. Oh nein! Soll ich mir Co-Babs machen? Ach komm! Hab eh nur eins. Also, rummeckern so heftig könnt ihr jetzt auch nicht. Ich weiß auch, ob ich ihn nicht treffe. Ich glaube, ich schieße zu niedrig. Jo. Nein! Doch. Das impossible. Yeah! Was? Was? Ich hatte nach folgigen, ähm. Und der Hackers gelieft. Wenn wir jetzt verlieren, dann lache ich auch. Ja, was soll ich denn? Ach, scheiße. Ja, okay. Wobei, komm ich sparen. Boah. Was soll ich noch mit einem Eisen machen? Ich kann mir den Krippel machen. Oh, nice! Ja, ich mein... Ja, acht gegen... Ne, äh... Was für acht? Zwei gegen drei ist ja auch richtig fair. Boah, was sind das denn für Teammate? Deswegen spiel ich halt so selten im Team. Deswegen spiel ich immer, fast immer, nur 8x1. Also, wenn wir jetzt verkacken, dann... Muss ich mich schämen über mein Team. Ja, komm. Oh, jetzt spiel ich denn. Ja, toll! Ich kann nichts anderes machen, als warten. Boah, ohne Bau kriegen die auch nichts an der Reihe. Guck mal, die tut mir den einmal unterliebt auch. Da bin ich alleine. Nein! Nein! Ja. Ja, währenddessen, die da hinten rumgammeln, übe ich nochmal meine Fast-Bridge-Technik weiter. Ich mein... Was kann man denn sonst mit der Zeit machen? Ja, ich wollte noch kurz loslassen. Äh, let it go! Ich wollte kurz einen Block machen, ohne zu sneaken. Das versuche ich jetzt. Ich mein, was anderes habe ich jetzt eh nichts zu tun. Ja, hat geklappt. Habt ihr es gesehen? Hat geklappt. Einen Block habe ich hinbekommen, ohne zu sneaken. Aber ich will mehrere Blöcke hinbekommen. Ich will mehrere Blöcke hinbekommen. Oder gar keinen. Ja, zwei halt, ne? Schau mal. Ja, pff. Ja, leuchtet schon in der Mitte. Üben! Fast-Bridge-Technik üben in der Runde. Nice. Ja, einfach halt mal den besten Bogen, ne? Was war das jetzt? Die haben kein Bett mehr. Das heißt, die haben... Aber wenn ich kein Bett mehr hätte, wäre ich schon längst tot. Komm. Ey, ja, nein! Jetzt kann ich halt nicht mehr weiterbauen, ne? Gib mir jetzt Gold. Ich will, gib mir jetzt Gold. Du hast jetzt eine Chance. Gib mir jetzt Gold. Boah, was ist das für einer? Schau doch mal, ein hässliches Gesicht. Gib mir jetzt Gold. Gib mir jetzt Gold. Ich weiß, kann man mich nicht hören, aber... Aber... Oh, Spaß. Ich höre mir jetzt auch nicht den Bogen gespart. Auf! Boah, ich habe gerade so ein Problem. Was? Nein, der hat mich in der Luft getroffen, der Fisch. Ja, was soll ich machen, Mann? Ich war eigentlich der Einzige, der was gemacht hat. Aber das war jetzt halt nur so eine Runde, wo ich halt zeigen konnte, warum ich jetzt ungern im Team, also im Team jetzt Battlezock. Aus dem einzigartigen Grund. Deswegen zog ich halt auch immer 8x1. Da kommt erstens Hacker in der Runde. Alle lieben. Ich dann noch ein anderer. Wow. Der eine baut das Bett ab. Ich könnte mir einen Bogen machen. Ich könnte mir ein Schwert machen. Wieso passt das nicht auf? Wie ist der überhaupt gestorben? Aber ich reg mich einfach nicht auf. Ja, wie... Also, stell euch mal vor, ich wäre alleine. Selbst wenn ich alleine wäre gegen die, da hätte mein Team in das Gold nicht stellen können. Ich hätte so easy in der Perle Fluss Stärke dran gemacht. Und hätte ich sogar auch gewonnen. Aber... Was soll man machen? Und... Teams in der Luft kommen irgendwie... Un... Un... Was soll ich sagen? Ungut. Untraktisch. Irgendwel, war eigentlich schön mal wieder Battlezock nach Jahren zu spielen. Hab keine Ahnung, wieso ich gerade die ganze Zeit Tab geholt hab. Jedenfalls, würde ich mich um eine positive Wertung freuen. Über ein Copmentor sowieso. Ein Abo könnt ihr da lassen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja... Ciao!